Ja hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Folge von Let's Play Resident Evil 5 mit dem Uff, Swifty. Ja hallo. Und ich bin Zeddy, natürlich. Zeddy zockt, wer sonst? Ähm, wir haben letzte Folge hier unterbrochen. Sammel mal alles ein, was du hast. Alles, was du finden kannst, krall dir. Machen wir mal ein paar Fässer. Papa. Oh, Munition. Nein, ich habe Pumpgun-Munition. Ich habe mir auch einmal, ähm, du siehst da drinnen blitzt der Schlüssel. Ja, bei mir ist Pumpgun-Munition. Die kannst du dir ruhig nehmen. Pumpgun-Munition, ich habe das gar nicht, das habe ich jetzt nicht realisiert. Ja, das ist kein Ding, das ist kein Ding. Also da ist die Schlüssel. Ja. Der Schlüssel zum Klieg. Und da ist ein Raum. Okay, und da soll man jetzt reingehen. Mit Flammen. Ähm, den Schlüssel können wir mal aufheben. Oh oh, wir haben einen Key. Ähm. Ja, das, ähm, die Fässer hier, die, 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 die Tanks, was sie sind. Die Gasflaschen. Ja, die, die Gasflaschen, äh... Aufschießen? Ne, noch nicht. Aber die brauchen wir. Die brauchen wir. Da oben steht noch ein Kraut. Hebt ihr bitte das Kraut auf. Damit ich dich heilen kann. Ja, damit wir uns gegenseitig heilen können. Wir werden... So, und jetzt laufen wir vor bis zur... Bis zur Tür, ja. Bis zur Tür. Die Tür. Die Tür. Ja. Ja. Ich habe, ich glaube, so weit habe ich schon mal gestillt. So schön. Alter, das sind Würmer. Ja. What the fuck? Ja. Äh. Ja. Ja. Scheiße. Also auf den... Nee, schießt auf den gar nicht. Also schießen bringt momentan nichts. Ja, ich meine, wir müssen jetzt in den Raum laufen mit den Gasflaschen. Genau. Hallo, nicht schießen. Aufhören. Das bringt nichts. Nee, auf den schießen macht nicht viel Sinn. Also umdrehen und abhauen. Und einer muss... Einer muss, äh... Dann den... Den... Man kann da durchlaufen und den Raum aktivieren. Lauf mal zu der Leiche. Ja. Und warte, bis das Ding kommt. Ich schaue, dass ich es auf mich lenke. Bei der Leiche müsste irgendwo so ein Pult sein. Ja, ja. Ich bin schon da. Genau. Ich stehe schon vor dem Knöpfchen. Ich hoffe, er kommt nur auf mich zu. Ja, jetzt ist hier zu. Das ist schon mal nicht so dämlich. Er kommt auf dich, oder? Ich hoffe. Ja. Und wenn ich durch den Raum durchlaufe... Und der drin ist? Wenn ich jetzt sage, dann drückst du das Knöpfchen. Ja, der muss erst rein. Ja, dann drück mal. Na ja, dann. Drück mal, schneller. Hab ich doch. Das war zu langsam. Sag ein. Das war viel zu langsam. Das Ding ist hier raus. Da kann ich schon das für. Komm, 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 komm. Du musst... Okay, dann muss man schon früher drücken. Okay, gut. Gut zu wissen. Dann geht, äh... Das Ding kommt. Ich laufe mal in die andere Richtung. Oh mein Gott. Das Türchen ist wieder auf. Okay. Komm her. Wart mal. Drück, 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 drück. Ich ärzen. Zu spät. Kann ich drücken? Nein, dann lass. Dann warte mal. Warte mal. Jetzt könnte ich drücken. Jetzt könnte ich... Jetzt brauchen wir nicht mehr drücken. Hallo. Wart mal. Bunt. Lauf vor bis zum Pult wieder, bitte. Ich bin grad bei der Tür. Warte noch, warte noch, warte noch. Er hängt, er humpelt nur mehr. Er überlegt sich links oder rechts. Ne, ne, ne. Er hat sich aufgelöst. Moment, er spawnt jetzt irgendwo wieder. Ja, toll. Ja. Ja. Bei mir. Bei dir? Perfekt. Er kommt wieder. So, jetzt drück, 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 drück. Ich hab schon gedrückt. Ich hab schon gedrückt. Scheiße, scheiße, das ist zu langsam. Ist zu spät. Profit zu langsam. Ne, ne, ne. Es könnte sich... Ja, ja, er ist drin. Ja, er ist drin. What the fuck? Ja, er ist drin. Ich glaub, das Ding ist jetzt sehr tot. Ja, da guck, guck, durchs Fenster kannst du... Ne, äh, na, ja. Hammer? Das ist so hässlich. Ja. Perfekt. Perfekt. Im ersten Durchgang. Eben, ohne Sterben. Also, wir wären echt besser. Können wir noch mal reinschauen, ob man da... Ne, es bleibt nix über. Ja, jetzt müssen die Türen zugehen. Ups. Ja, genau. Hast du eben grad gedrückt? Äh, ich sollte doch drücken. So, jetzt können wir weiterlaufen. Jetzt geht das mit der Tür auch wieder. Ja, an dem kann ich mich schon irgendwie dunkel dran erinnern. Das ist so lange her. Ich hab das Spiel schon öfter durchgespielt auf einmal. Mhm. Okay. Drum, ich warte. Es gibt jetzt dann noch so echt beschissene Zwischenmonster. Wie schlimm, da liegt Munition. Ja, genau. Eine nehm ich und die restlichen zwei bekommst du. Uhuhu. Da kann ich wieder in die Luft ballern. Äh, ich kann natürlich auch auf Zombies schießen. Das hast du ja gesehen. Ja, genau. So. Open. Und fang. Ready. Ich bin doch... Was ist denn? Ich bin doch ready. Keine Ahnung. Ich bin doch Eddie. Was? Ich bin Eddie. Du bist der Eddie. Ich bin Eddie. Ich bin der Zwifti. So war's gestern noch. Jop. Kann man die... Für die nicht andere Outfits freischalten? Freizügige. Nee. Ich glaub nicht. Zum Drunboden. Mach ich mich mal schlau. Nicht kleiner Perversling. Das war Batman. Nee, das war nicht Batman. Das war Birdman. Birdman. Ja, stimmt. Der hat... Es könnte auch der Pinguin gewesen sein. Mit ihren Arzen. Das war's. Das ist der Wettbewerb. Wir hatten ja einen super Workout, hat er gesagt. Ja, genau. Ja, genau. Du hast da Dreck zwischen den Brüsten. Da müssten wir mal sauber machen. Was? Das ist gut, das ist meins. Ja, jetzt erfahren sie, dass sie zu einem Punkt gehen sollen, der echt scheiße ist, zu erreichen. Ja. Ich bin jetzt gerade nicht bei Resident Evil. Ich hätte gedacht, das Spiel wäre jetzt vorbei. Nein, 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 nein. Nicht mal annähern. Da kommt noch ein bisschen. Das war jetzt Kapitel 1. Also, das war so eine Sequenz mehr oder weniger. Also, eins von zwei, genau. Aber Rang A haben wir erzielt. Was? You can view the BSAA, send in data. Was? An wem speichern wir? Was? NSA. Ja, NSA, genau. Mit Spielspann, was wir haben. Okay, jetzt kriegen wir mal auf Organize. Was brauche ich denn? Die Brandgranaten. Wenn ich jetzt die Schieb-Munition weglege, dann brauche ich die gleich. Die Brandgranaten lasse ich jetzt mal hier. Was haben wir denn? Ich habe jede mit Schrott. Kann ich das mit dem oben noch? Nee, kann ich nicht kombinieren. Verkaufen wir den ganzen Scheiß. Den First Ape Spray hebe ich mir noch auf. Da haben wir wieder was zum Verkaufen um 2000. Ich mache eigentlich nicht viel mit einer Pumpgun. Geschweige denn mit einer Maschinengewehr-Munition im Moment. Eine Maschinengewehr-Munition kannst du zur Zeit noch rauslegen. Die brauchst du aber später. Aber momentan kannst du sie ins Inventor, kannst du auf Remove, glaube ich, oder so. Ja, genau, Remove. Dann ist die in deinem Inventor. Genau, die kannst du auch eigentlich weglegen. Du könntest mal schauen. Gib mir die mal kurz. Move, Sell, Upgrade. Du kannst die upgraden? Cool. Ja, kannst du auch. Move. Kannst du die? Ah, nee, die kannst du gar nicht. Kannst du nicht, nee, kannst du nicht. Aber ich kann upgraden. Nee, am geschickten wärst du mal die Handfeuerwaffe abzugraden. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Firepower. Nee. Nope. Nope. Und ich werde mal die Pumpgun upgraden. Ja, dafür aus dem Pläne. So wie es aussieht. Upgrade? Bei mir ist die upgradet. Right now. Bei mir kostet ein Upgrade 2.000 Pfund jetzt. Upgrade. Ich habe sie jetzt zweimal abgegradet. Das genügt mir jetzt fürs Erste. Ich kann die nicht upgraden, meine Pistole. Kannst du deine Handfeuerwaffe upgraden? Oder muss ich dir dafür eine kaufen? Warte mal. Upgrade. Upgrade die Weapon. Ja, 2.000 kostet's. Hast du die Uhr schon verkauft? Vielleicht hast du zu wenig Kohle? Ich habe 12.000 auf Tasche. Okay. Wenn du da auf Upgrade gehst bei der Handfeuerwaffe, dann funktioniert das nicht. Upgrade. Dann klickst du einmal auf Firepower drauf. Moment. Auf den Schriftzug Firepower, dass die rot umrandet ist und dann steht unten Upgrade, oder? You cannot upgrade any Futur right now. Okay. Ich darf nicht upgraden. Ich bin noch nicht alt genug. Aber ich darf schießen. Verstehe ich jetzt. Die Handfeuerwaffe kannst du mir auch nicht geben, oder? Nee. Ins Inventar. Siehst du im Inventar, siehst du da die zwei Handgranaten oder ist das auch nur für mich? Das nur für dich. Auch nur für mich. Scheiße. Ich habe die Pumpgun jetzt. Ich könnte auch die Handfeuerwaffe upgraden. Aber das bringt ja mir nichts jetzt im Prinzip. Ich kann nichts upgraden, selbst die Pumpgun nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, genau. Für alle, die das Spiel gefressen haben, schreibt es in die Kommentare und ich gehe auf Ready. Dann lassen wir das mal ja und sagen wir Ready und bevor die hier... Vielleicht machen wir es ja auch noch selber raus. Aber ihr kennt das Spiel. Unsere Zuschauer, ihr kennt das. Ich dachte mir eigentlich, man kann... Ich wüsste nicht, was das jetzt das Problem sein suchte. Hey, da ist ein Maschinengewehr drin. Das ist ein Gottenglück, da hat ich die Maschinengewehrmunition weggetan. Ja, nimm dir die Maschinenwumme mal mit. Und das sehen wir dann praktisch. Wenn wir verrecken sollten, dann bekommst du... Das heißt, du bekommst jetzt die... Da ist ein Maschinengewehr, Muni. Da ist Maschinengewehrmunition. Ich glaube, ich habe eine Pumpgun zu viel im Inventar. Oder? Gott sei Dank, Mann, haben wir eine Pumpgun. Inventar aufrufen, ging auf. Was? Inventar aufrufen, ging auf. Ah, da, E. E, genau. Äh, Equip. Vorsicht, ich habe eine Unzi. Reader-Dokument. Ah, ah, schau, jetzt... Was ist denn das? Jetzt können wir hier... Chris, Chris... Ähm, okay. Ich könnte dir jetzt hier gewisse Sachen geben. Nee. Nee. Keine Ahnung, was das hier... Nee, hier könntest du mal... Ich habe da auch einen Zettel gehabt. Ja, aber das ist wieder was anderes. Ah, okay. Press-V zu... Ja, aber... W-w-w-w-w-w-w... So, genügt jetzt mal, der Blöde... Oh mein Gott! Okay, das heißt, wir haben es soweit fertig und... Wir haben genug Scheiße gebaut, wie der Blöde. Wir sind am Meer. Ja. Ich kann gar nicht schwimmen. Achso, haben wir da drüben... Nee, da haben wir nichts liegen lassen. Nee. Passt schon. Außer einen Seekontainer, sonst nichts. Ja, genau so. Ähm... Aufpassen, ähm, die kleine Waffe nehmen... Ich hab' ich mir schon gedacht. Nee, ich hab' ich mir schon gedacht. Hier war ich nämlich auch schon mal. Ja, toll. Jetzt haben wir Spaß, wa? Ja, möglicherweise, ja. Okay. Hallo. Der gehört dir, ja. Der gehört zu mir. Wie mein Name an der Tür. Wow. Du musst aufpassen, über dir stehen sie auch. Jupp. Hab ich grad gesehen. Und ich muss gucken, dass ich... Der ist nicht tot. Nein! Der lebt noch. Ja. Du, ähm, bevor du auf die schießt, wenn die am Boden liegen, nimm lieber, äh, geh hin und, äh, dreh den so richtig schön in die Fresse. Ihr legt Pumpgun-Munition bei dem einen, der sich grad aufgelöst hat und da ist ne Sprengfalle. Ja, ich weiß, ich bin gerade, äh, man, man kann da aber irgendwie rüber, nur ich weiß jetzt... Au! Oben, oben! Ich stehe jetzt Feuer von oben. Ich seh' nicht. Ah, doch. Da. Ja. Das hast du grad erledigt. Das hast du grad erledigt. Da liegt Handfeuerwaffen-Munition. Ich kann hier hochgehen. Wo? Da, bei mir. Willst du die noch? Ich hab' mehr als du. Okay. Ich hätte jetzt auch oben drauf gehen können. Ja, aber kann ich, wenn ich jetzt auf die Spreng, wenn ich da... Ah ja, okay, geht's ja auch los. Wenn du auf das Seil schießt? Ja, geht's ja auch los. Na toll. Ein Stückchen nach vor. Na toll. Da liegt schon wieder relativ viel Muni. Ich komme. Ähm, da. Ja. Guck, guck. Maschinengewehr sogar, oder? Maschinengewehr-Munition. Ja, damit. Perfekt. Hab' ich jetzt eh nicht... Nee, hab' ich nicht. Vor allen Dingen kann ich mal die Pumpgun ablegen. Das ist recht sinnfrei, wenn wir zwei derselben Waffen haben. Ja. Mein Inventar ist proppervoll. Ja, ich glaub' meins mittlerweile auch. Jetzt will ich nur noch das Kraut hier kombinieren. Dann haben wir eine... Ah ja, ich kann die auch kombinieren. Ja, wenn du zwei Kraut hast, dann kannst du kombinieren, ja? Kombi, Kombi. Danke fürs Gespräch. So. So, da haben wir wieder ein Fässchen. Definition mitnehmen. Da liegt drinnen... First Aid Spray. Den nehmen wir natürlich auch mit. Was? Aid Spray? Ein First Aid Spray. Achso. Äh, nicht direkt nach rechts. Da ist eine... Sprengfalle, ich weiß. Sprengfalle. Jetzt nicht mehr. Alter, hier bin ich... Hier... Also, so weit war ich schon mal. Oh, Kacke! Alter. Oh, Kacke! Da sind viele Wauzis. Und ich hab die falsche Wumme im... Im... Wieso geht meine Munition jetzt leer? Ah! Bei Fuß! Aushassung! Aus! Bösser! Oh, nicht quieken. Da tut mir in der Seele weh, Mann. Da ist eine Maschinengewehrmunition. Ah, die hat gerade einen Abflug gemacht. Maschinengewehrmunition, her damit. Da ist Kohle, die nehm ich mal mit. Toll, da kannst du ja gleich Fackeln basteln. Ach, fuck. Ein falsches Spiel. Fackeln? Fackeln. Da würde ich nicht lange fackeln. Okay, hier ist nix. Oh, da... Sprengfalle. Sir, it's your turn. Ja, ja, mach ich schon. Wir machen den Weg frei. Oh, oh. Ich muss mal kurz nachladen. Jo. Ich hätte gedacht, da käme was, wo du gesagt hast. Oh, oh. Ja, da kommt sicher was. Anyone here? Alter, Falter. Bist du tot? Ne, ist er nicht. Ah, die F-Taste ist einfach zu weit weg. Jetzt aber. Wow. Fett. Was hast du jetzt wieder gemacht? Wenn die ihr Finisher macht, wenn die auf dem Boden liegt, nimmt die ihr Messer mit beiden Händen und sticht so in den rein. Das ist total gut. Ja, das ist absolut geil. Oh, ich liebe das. So. Das ist wie McDonald's. Ich liebe es. Na. Ne. Ich bin der McDonald's-Freak. Sorry. Aber ich weiß ja auch nicht, was gut schmeckt. Bevor ich McDonald's gehe, gehe ich persönlich lieber Burger King. Da ist das Fleisch gegrillt. Au. Daneben. Hast du noch alle? What denn? Hast Kopfschmerzen? Und? Der lebt noch. Der lebt noch. Guck hier. Finisher. Und? Oh, dog. Und noch einer hinter dir. Und noch Hund. Und ein dicker. Und noch ein dicker. Ich bin empty. Ich auch. Oh, das ist nicht schlimm. Wow. Fettes Stück Scheiße, Mann. Finishing, finishing. Der lebt noch. Der lebt noch. Der steht wieder auf der Dicke. Ich konnte keinen Finishing machen. Ne. Da steht er nicht mehr auf. Ist der tot. Aber ist kein Zombie so gesehen. Im rechtlichen Sinne. Wow. Fuck. Der hat einen Molotow-Cocktails. Ist so ein Arsch. Ah, lieber eine Döner-Klau. Scheiße. Okay. Ich gehe mal schon zurück. Du hast die Pumpkin. Da kommt ein Hund. Ja, ich habe nur keine. Nicht mehr so viel Munde, dass ich die Pumpkin jetzt verwenden will. Und dann schieße ich. Ja, aber nachladen. Da steht einer mit. So. Er hat gestanden. Are you ready for this? Okay. Das war's. Shotgun-Munition. Die gehört mir. Oh. Was haben wir da? Das ist ein Schiengewehr. Die sehe ich schon von 10 Kilometer entfernt. Die ist auch nicht mehr. Was haben wir hier? Hier haben wir Kohle. Und noch mehr Kohle. Und so. Fertig? Ja, hier sind wir fertig. Aber bevor wir jetzt das nächste Kapitel starten. Nein. Sind wir schon wieder. Ja. Mit der Folge. Wir haben 40 Minuten also. Ja. Dürfte ziemlich genau 20 Minuten Völkchen erledigt sein. Das ist schön. Guck mal, da geht es weiter. Das ist schön. Ja, da geht es weiter. Und das werdet ihr erfahren. In der nächsten Folge natürlich. Und bis dahin hätte ich gesagt, es hat mich gefreut, dass ihr uns gesehen habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss mit dir und ciao mit dir. Ja, kann schon nur noch sagen, wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Lass ein nettes Kommentar für uns da. Und ich kann nur noch sagen, bis zum nächsten Mal. Mein Mann spielt heute und sieht es echt. Tschüss.